. Jetzt ist sie gerade schön, ruhig und zufrieden. Schnubi, putzi! Und das Böste kommt auch noch. Jeder nimmt den Schleck. Hey, ihr da hinten. Das ist zu viel. Ja. Bier vielleicht, oder? Noch etwas. Jetzt holen wir ein bisschen näher. Guck mal. Ein bisschen aufmachen. Ah, jetzt. Schau mal, die schöne Nase. Ui, was macht sie? Jetzt schauen sie, was die Affen hier hinten machen. Ja. Action. Jetzt kommt die Mama. Aua, aua, aua. Wunder zu gut. Voll auf Kronjuwelen. Mit Anlauf. Men schon, das ist das schuld. Okay. Ja. Okay. Hoppare.